Das ist ein Spy. Die zweite Halbzeit läuft seit zwölf Minuten, Hertha mit dem Eckball und dem 3 zu 2 Oma Rekic mit der ersten Führung für die Hertha an diesem Tag. In dieses Mini-Eck, in das der Unioner nicht hinkommt, da trifft er hinein und bringt die Führung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020